Hallo, guten Morgen! Ich möchte dir heute kurz erzählen, wie wir gestern den mega Anfängerfehler gemacht haben, was uns gerade noch so gerettet hat und was du tun kannst, damit dir das nicht passiert. Wir sind ja hier gerade auf Zypern und haben gerade geplant, wo wir als nächstes hinwollen mit den beiden Kids auf unserer Elternzeitreise. Und haben dann endlich, nachts um elf, habe ich den Flug gebucht, weil ich einfach nur wollte, dass das Flugsuchen jetzt vorbei ist. Und wir hatten uns entschieden, dass wir nach Brasilien fliegen, unsere Familie dort besuchen und dann nach Argentinien und Chile und über Brasilien dann wieder zurück. Also noch ein paar Tage in Brasilien Aufenthalt haben und dann wieder zurück nach Deutschland. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Und jetzt war es so, dass Jojano dann heute zu mir kam und sagte, sag mal, hast du eigentlich die Einreisebestimmungen geprüft? Und ich sage, ja klar, habe ich das natürlich, habe ich für Argentinien und Chile geguckt und Brasilien fliegen wir so oft hin, da brauche ich ja nicht zu schauen. Und aus irgendeinem Grund kam Jojano auf die Idee zu sagen, ich gucke trotzdem nochmal. Und für Brasilien hat er beim Auswärtigen Amt dann geschaut und da stand halt drin, innerhalb von 180 Tagen darfst du dich 90 Tage in Brasilien aufhalten. Gar kein Problem, weil wir sind ja nur drei Wochen da und dann nochmal eine Woche. Und dann sagte er, ja, ich gucke lieber nochmal bei der Botschaft. Und bei der brasilianischen Botschaft auf der Seite stand tatsächlich, dass die Einreise ab dem ersten Tag zählt und ab da zählen die 90 Tage. Also auch wenn ich ausreise und mich dann für zwei Monate gar nicht in Brasilien aufhalte und wieder zurück einreise, zählen weiterhin die 90 Tage. Wir also hin und haben erstmal gezählt, wirklich mit allen Fingern an den Händen, wie viele Tage wir haben und es waren 95. Und wir dürfen ab dem Tag der Einreise bis zur Ausreise ja nur 90 Tage dazwischen haben. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Weil wir hatten natürlich ein ziemlich teures Ticket gebucht für die ganze Familie über den Atlantik und haben dann überlegt, ja, rufen wir jetzt die Botschaft an. Das bringt aber im Zweifel auch nichts. Wahrscheinlich sehen die das in Brasilien auch gar nicht so eng. Aber was ich halt schon erlebt habe, ist, dass die Fluggesellschaften beim Einchecken überprüfen, ob dein Visum gültig ist, auch für den Rückflug und dich tatsächlich nicht einchecken lassen. Und wenn wir da mit der ganzen Familie am Flughafen stehen und die dann sagen, nee, sie dürfen nicht fliegen, das wäre natürlich der Megagauf. Dann haben wir gesagt, na gut, ich rufe jetzt mal bei LATAM an, mit denen wir den Flug gebucht hatten. Und die Frau sagte am Telefon, ja, ist gar kein Problem. Innerhalb von 24 Stunden können wir das kostenlos umbuchen. Wenn wir denn die gleiche Buchungsklasse und genau den gleichen Flug finden. Ich hatte zum Glück vorher selber nochmal im Internet geschaut, weil sie sagte nämlich gleich, okay, fünf Tage weniger gibt es die Buchungsklasse nicht mehr. Und dann hätte ich es auch nicht umbuchen können. Aber ich wusste, den Flug gibt es, den konnte ich nämlich selbst im Internet noch buchen. Und deshalb hat sie den über einen anderen Weg tatsächlich noch gefunden. Also, wir waren nochmal gerade so gerettet, aber Leute, verlasst euch nicht aufs Auswärtige Amt. Also, wenn ihr irgendwo hinreist, schaut vorher wirklich auf der Botschaft des Landes nach, wie die Anreisebestimmungen sind. Und der zweite Tipp ist auch noch, falls ihr tatsächlich mal ein Ticket innerhalb von 24 Stunden umbuchen müsst, viele Airlines erlauben das. Das ist allerdings Kulanz von den Airlines. Also, du kannst dich nicht drauf verlassen. Und wenn du das tatsächlich machen musst, dann schau vorher selber nochmal im Internet, ob der Flug tatsächlich verfügbar ist. Denn aus irgendeinem Grund taucht er in den Buchungssystemen der Airlines nicht unbedingt auf. Und wenn sie dann auf irgendeinem anderen mysteriösen Weg suchen, finden sie ihn vielleicht doch nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr Tipps zum Reisen mit Kids.